Ja, hallo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer David. Herzlich willkommen zum ersten Video des neuen Formats Schlagzeugführung. Hier sehen wir schon das schöne Schlagzeug und dieses Schlagzeug möchte ich euch gerne mal genauestens vorstellen. So, wie läuft das Ganze jetzt eigentlich ab? Die Schlagzeugführung beginnt mit links und wird dann nach rechts gehen und zuallerletzt werden die ganzen Sticks vorgestellt und wenn die Sticks vorgestellt sind, dann ist die Schlagzeugführung dann auch zu Ende. Diese Videos von der Schlagzeugführung, das habe ich bereits in dem Update Video gesagt, das ihr da unten findet und auch hier irgendwo. Diese werden unregelmäßig auf dem Kanal hochgeladen, denn ich möchte weiterhin noch andere Videos machen und deswegen werden diese Videos immer wieder unregelmäßig auf dem Kanal hochgeladen. Ja, mehr gibt es also nicht zu sagen, dann bedanke ich mich fürs Anschauen, dann bedanke ich mich fürs Abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!